Hallo Leute, mein PC piept, die Inside Freeze nehmen wir raus und wir haben gerade eben schon mal versucht, eine Aufnahme zu starten, da ist uns der Tag hängen geblieben. Deshalb, bevor das jetzt nochmal passiert, ganz fix zum Community Center. Ja, ich muss meine Sounds alles nochmal neu einstellen. Ich habe echt ein Problem damit, weil meine Übergänge komplett weg sind. Ich weiß nicht, was da los ist, welche Mod das eventuell macht oder so, weil es wird ja nicht das neue Update sein. Eigentlich nicht. Ich werde jetzt zuerst nur diese eine Bündel hier kompletieren. So, versuche ich mal wieder den Kaffee zu ernten, ne? Genau. So, ich nehme das mal alles mit, weil, einfach, weil, und dann auf OK. Und diesmal sollte die Katze noch richtig funktionieren, weil, ähm, genau, es sich nicht vorher schon verändert hat, vor der Katze. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Die andere Welt? Was ist die andere Welt? So, ich kann mich auf jeden Fall noch bewegen. Ich gehe kurz raus. Gehe wieder rein. Diesmal Stück für Stück. Und hoffe, dass, wenn ich jetzt diese beiden Bundle fertig mache, ein Bündel komplett. Das ist prima. So, und jetzt noch das letzte Bündel komplett machen. Ja. So. Er verwandelt das immer vorher. Ich weiß nicht warum. Er ändert den State schon vor der Katze. Das ist nicht richtig. In einem Zweifelsfall, wenn wir es nochmal machen müssen jetzt, dann lass mich das machen. Dann kriege ich items und dann mache ich das. Wenn ich falsch spriere, ist das nicht das Problem. Dann gehe ich einfach raus und komme wieder rein. Ja, oder halt einen pro Tag neu. Das kann halt auch sein. Lebe wohl, Fox. Ah, ich kann mich bewegen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich dich nur noch sehen können. So. Leute, es hat funktioniert. Ach, ist das wunderschön. Ja, was ich erst in der anderen Aufnahme schon gesagt habe. Der Multiplayer ist offiziell raus. Wir haben keine Beta mehr. Ich habe komische Transitions. Wer weiß warum. Keine Ahnung. Ich habe ein Pan-Hool. Chris ist wieder da. Chris ist im Chat. Das haben wir auch noch gesagt. Ja, genau. Chris, sag mal was. Vielleicht ist Chris auch schon nicht mehr im Chat. Chris, sag mal was. Ja, super. Den Chat sieht man bei dir immer noch nicht in der Aufnahme. Das stimmt. Muss man auch gar nicht. Das wollte ich gar nicht. So. Und ich habe ein paar neue Mods installiert. Ich müsste mir dann nachher noch meine Sachen abholen. Und haben wir eine Kiste für. Das macht. Das ist Prismatik-Chart, ne? Ich habe keine Prismatik-Tools drin. Prismatik-Tools, ja. Oh, ein violettes Schleim-Ei. Das ist ja gut. Das habe ich gefunden. Auch in der Höhlen-Mine. Ja. Das bringt ordentlich Geld, aber wir können es auch behalten, falls wir violette Schleime haben wollen. Das stimmt. Irgendwas ist mit meinem Pferd nicht richtig. Ich weiß nicht, ob die Ohren in der Mütze sind oder außerhalb der Mütze. Ich glaube, das weiß niemand so genau. Wir brauchen eine Kiste, wo wir erstmal Halszeugen kommen. Warte mal, mach ich da rein. Ich packe jetzt solche Sachen mit rein. Hast du da reingeworfen? Warte mal, kannst du gleich gucken. Das ganze Zeug. Das ganze Zeug? Was ist das? Das ganze Zeug? Ach so, ja. Höll. Genau. So, den Dünger packe ich hier mit in der Kiste erstmal wieder rein. All das Geschwindwachs. Stehst du im Weg? Die Omnigeoden, die hat wahrscheinlich Suki mitgebracht aus der anderen Höhle. Ja. Ein und 20 Stück nehme ich mal rein. Omnigeoden und Gericht im Herzen. Ach, Stahlhacke ist klar, ne? Da kann ich ja doch gleich mein Gold mitnehmen, was ich gekriegt habe. Und meine Hacke gleich nochmal abgeben. Ja, ich werde meine jetzt erstmal auf Iridium machen. Auf Iridium? Das wirst du nicht machen. Äch, ja. Auf Iridium machen, aber ich bin gerade erst bei Kupfer und mache es jetzt auf Eisen. Das war mein Endziel, gleich gesagt. Ja, Iridium haben wir nämlich gerade gar nicht genug Geld dafür. Und ich mache meine geradezu Gold. Und ich habe jetzt eine Mod, mit der man, theoretisch soll man, Moment. Du hast eine Sache gegossen? Ah, guck mal, Leute. Ich kann gleich von vornherein auswählen, welche Stärke ich haben will. Und dann kann ich beim nächsten Mal jetzt einfach... Du hast ziemlich bescheuert auswählen. Ja, aber guck mal. Du hast ziemlich bescheuert auswählen. Ja, aber siehst du das? Ich kann jetzt auf Knopfdruck gleich fünf Felder machen. Und später bei ihm... Dann weiß ich ja, wer dann weiter Sachen macht. Na, was denkst du, wenn das dann auf Iridium ist? Das wird super lustig. Oder Pathematik. So, dann wollte ich, äh, morgen möchte ich gerne mein Schwert wiederhaben. Marfin? Äh, ja. Ja, ich packe das heute Abend in die Kiste. Damit ich nämlich mal in die andere Mine gehen kann. Ja, mach das. Ich kann dir auch noch Crabcakes dazu packen. Weil die bringen halt auch ein bisschen mehr. Ja, ich hab immer die, ähm, die Wurzelplatte genommen. Ja, die Crabcakes bringen halt, äh, Laufspeed und Verteidigungsplus. Okay, das geht natürlich auch gut. Die kriegst du aus diesen Iridium-Krabben raus. Ja. Ich hab da nichts drin. Wir müssen mal gucken, was hier wirklich viel bringt. Wir gucken uns heute mal an. Sammeln plus... Ich hab ja noch nicht mal hier meine Skills voll, ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Rezepte, die uns, äh, Sachen bringen. Zum Beispiel hier, Bergarbeiter-Lecker-Business plus drei Minenarbeit. Das ist auch ganz nützlich. Ähm, und Magnetismus dazu. Plus drei Angriff, die Wurzelplatte, das ist ganz gut. Wie gesagt, ähm, die, ähm, Crabcakes sind ziemlich toll. Was, was... Und halt die... Was ich halt problematisch immer finde, ist, dass... Du, ähm, nur, äh, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Dass du immer nur die Fronien von einem Essen haben kannst, ne? Ja, die überschreiben sich leider. Das ist nervig. Also, wenn sich die gleiche Art Boni bei unterschiedlichen Stärken überschreiben würde, das würde ich ja noch verstehen. Sowas wie, ähm, sowas wie, äh, Glück plus eins und Glück plus zwei macht nicht Glück plus drei, sondern weiterhin nur Glück plus eins. Äh, Glück plus zwei, so. Also nur das Höchste. Aber ich finde, man sollte gleichzeitig Angriff, Verteidigung, Glück und so weiter alles durch verschiedene Essen bekommen können. Ja. Lucky Lunch ist ziemlich cool. Glück plus drei. Ja. Wenn du dann schon tief in der, in der, in der Wüstenbiene bist, dann wirst du halt richtig loslegen. Tief in der Wüstenbiene, den Lucky Charm und, äh, Luck plus drei. Super. So, Kartoffelpuffer und Brot. Weil ich den Lucky Charm noch nicht wirklich gemerkt habe hier. Ich habe mir mal die Rezepte für Kartoffelpuffer und Brot gekauft. Bei Guss. Okay. Toll. Toll. So. Schon besser. Da musst du aber auch eine Prismatik Schad mit aus der Dingsnee bringen, ne? Aus der, aus der höchsten Hülle. Ja, ja, ich muss erst mal meinen Elevator runterbringen. Ja, bist du denn schon? Äh, ich war auf dem Spielstand noch gar nicht, das ist das Problem. Ich habe den Pfeil nicht gefunden, wo ich das einstellen kann. Achso. Da war ich nicht Chitty McHax genug. Oh, da ist ein Diamant. So. Nehmen wir mal eine Milch. Und ein Ei. Noch ein Diamant! Neh, mich doch. Ja. So und so und so und so. Mavi, du hast unser Schwein nicht gestreichelt heute. Ich habe jeden Tag Tiere gemacht und jedes Mal bist du hinterlaufen, um sie zu streicheln. Dann dachte ich mir heute so, nope, ich lasse es mal sein, weil Fox muss sowieso hinlaufen, um sie streicheln. Jetzt kriege ich Ärger dafür. Ich habe nur das Schwein jetzt gestreichelt, weil es noch draußen war. Achso. Aber das Schwein ist wichtig. Hauptsache, ich gieße erst mal in den Stein hier in der Miene. Das ist wichtig. Damit der schön wächst. Das ist wirklich extrem wichtig, Steine zu geben. Das ist noch ein Diamant. Hab ich heute gutes Glück? Nö, eigentlich nicht. Schon ein dritter Diamant. Also ich nehme ihn mit. Ich muss nicht. Die Erfahrungspunkte gut brauchen. 19.30 Uhr. Ich glaube, ich gehe dann gleich schlafen. Ja, dann komme ich auch zurück. Ich muss ja noch meine Taschen leer machen. Du willst das Schwert haben, ne? Ja. Bitte vor meinem Haus legen. Ich packe dir da mit einem Dingsschwert wieder rein. Achso, da ist schon eines drin gewesen. Egal. Ich nehme einfach irgendeines raus. Ja. So, ich habe dann theoretisch noch eine Goldgießkanne. Ich habe noch eine Kupfergießkanne. Ja, ich habe noch einen Stahl. Ich mache jetzt erst mal die Hacke auf Gold und danach auf die Gießkanne. Ja. Genau, ich mache jetzt auch die Hacke auf Gold. Wenn wir dann genug Geld haben sollten, dann auf die Gießkanne. Als nächstes. Und dann können wir sparen für Iridium. Ja, wir sparen halt mit Iridium für Iridium. Wir können halt einfach dann mit 30 Bahnen hingehen und sagen, oh, hier, nimm. Ja, so ungefähr. Monsterkiste. Das rein. Ich habe die Crab Cakes nicht reingeschmissen. Oh mein Gott. Was war das? Das war mein Handy. Wow. Es platziert einfach in meinem Ohr. Ich werde noch ein bisschen was zu essen reingeschmissen. Dann nachher drücken wir an. Ja, so, ich gehe Richtung Bett. Ja, ich liege schon im Bett. Das habe ich mir fast gedacht. Einen Moment. Oh, eine Cutscene. So, wir hatten jetzt natürlich nur eine Cutscene. Das ist... Ja, aber die wichtige Cutscene. Ganz normal. Es ist egal. Selbst wenn wir alles an einem Tag fertig machen würden, würden wir nur eine Cutscene bekommen. Aber alle Effekte. Ist egal, wir haben die wichtigste hier gekriegt. Ja, ist egal, welche Cutscene wir sehen. Ja, aber es ist wichtig, dass wir das gesehen haben. In letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über deine enorme Großzügigkeit. Und anscheinend sind Pakete mit Gegenständen bei vielen Leuten aufgetaucht, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben hatten. Und die Pakete haben alle deinen Hof als Absender. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, so etwas zu tun. Alle in der Stadt sind uns verfreut. So kam was da los? Was jetzt passiert ist, ist, dass everyone, die da was ausgeschrieben hatten, glücklich sind und die anderen halt nicht so sehr. Also der Zauberer wäre zum Beispiel wahrscheinlich glücklicher, wenn ich ihn kennen würde. Das ist jetzt nämlich mein Problem gewesen. Ich habe noch nicht mit allen gequatscht. Sonst wären die alle glücklich. So. Da sind zwei Leute auf dem Hof. Genau. Hier seht ihr, Leute, übrigens eine Sache, die mit einer neuen Mod zu tun hat, ist, dass ich Better Crafting habe. Das heißt, die Sachen sind sortiert nach verschiedenen Sachen. Hier seht ihr zum Beispiel auch, was ich alles noch nicht habe. Was noch kommt. Sehr gut, schwer. Furniture, was ich noch lernen kann. Generating and Refining. Ich habe noch keine Casks und noch keinen Wormbin und diese ganzen Sachen nicht. Das ist dann bei Lightning. Und dann. Und dann, das ist diese Prismatic Mod. Prismatic Tools Mod. Habe ich einen Prismatic Sprinkler. Wenn ich zwei prismatische Barren und zwei Batterien, dann werden daraus ein prismatischer Sprinkler, der halt die doppelte Fläche von der Zahl her nimmt, die ein Iridium-Sprinkler kann. Aber der kann 24. So, was mache ich jetzt hier von Otto Schreck? So, ich habe mein... Ich habe mein... Dings heute wieder. Ich habe heute volles Glück, also... Ich werde in die normale Miene mich abmachen. Ich werde jetzt gleich mal... Ach, wie viel brauche ich denn? Sechs brauche ich. Sechs Batterien und dann werde ich mir ganz schnell die Seeds ausmachen. Hey, Clint will Kupfererz haben. Oder haben. Die Herbstseeds nehmen. Ein Kumpel Clint kriegt doch gerne das Kupfererz aus unserer Gäste. Ich überlege gerade, kann ich das nicht auch selber machen? Speed, Grow, Keyfant her und... Ne, kann ich nicht. Ne, egal. Da mache ich nur ein paar damit. Das ist jetzt egal. Da geht es mir hauptsächlich darum, ich möchte jetzt meine Sachen vermehren. Vermehren? Ja, vermehren. Welche Sachen willst du vermehren? Und wie viel Gold brauche ich denn dafür? Ach, einen jeweils nur. Ich gehe jetzt runter in unsere... In unser Gewächshaus und werde die Sweet Gemberries vermehren. Achso, da macht was. Dazu werde ich mir für 1000 erstmal noch eins mehr kaufen. Dann haben wir 54. Ja. Oh. Könnte rein. Genau, wenn ich jetzt in die Wüstenhöhle gehe, haut mich zu. Warum? Weil ich dann wieder sterbe. Ja, aber... Hm? Passiert. Jetzt trinke ich die normale Mine und mache einfach meine Monster Slaying Goals weiter. Monster Eradication Goals, wenn du es Englisch spielst. Weil ich slay sie doch. Du eradicatest sie ja auch. Nein, ich will keinen Kaffee trinken. Witzig wäre, wenn heute zufällig eine Baumfrucht jetzt da wäre. Ja gut, aber wir haben uns die andere auch verdient. Ja, ja. Aber ich meine, weißt du, wenn du sagst halt, an dem Tag, nachdem wir alles fertig haben, wo wir nur noch die Baumfrüchte gebraucht haben, da kommen die Baumfrüchte. Ja. Das wäre ein wenig bitter. Äh... Ich kann gerade gar nicht. Was? Na, im Dingsarbeiten... Dingsarbeiten? Ah! Du hast keine Hau, ne? Ja, und... Dann musst du dir Suki's schnappen aus der Kiste. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, warum die eine falsche Übersetzung gerade drin haben, aber ich glaube, ich habe gerade Niederländisch als, ähm... Also nicht in meinem Spiel, sondern für die UI-Info-Mod, weil als ich gerade oben auf die Hacke gegangen bin, stand da... UI-Info-Mod auf die Niederländisch. Ein Dark-In-Dot-Dat-Gold-Hacke ist, klar ist, mit upgraden. Aber du verstehst doch, was er will von dir. Das ist doch gut. Na klar. Die Niederländer versteht nur noch super. Ich spreche doch so eine leichte Sprache. Ich freue mich jetzt... Sukis... Warum hat Suki keine Hacke? Suki hat eine Hacke. Vielleicht hat sie dich auch zu Klink gebracht, wo sie gegangen ist. Oder das ist Sukis Hacke und ich habe gerade in deinem Haus geguckt. Welchen Haus hast du geguckt? In dem rechten. Das ist Sukis Haus. Aber vor dem linken Haus war eine Hacke. In der Kiste. Vor dem Haus. Aber vor dem Haus die Kisten sind die, die wir uns gescheatet haben. Weil wir dachten, dass wir unser Inventar nicht haben. Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie Sukis Hacke, wenn bei Suki jetzt gerade keinem da ist. Ist mir jetzt egal. Nimm die einfach. Suki wird da nichts dagegen haben, glaube ich. Genau. Da glaube ich gerade. Wenn irgendjemand was dagegen hat, möge er jetzt reden oder auf ewig schweigen. Es sagt niemand, was passt. Was? Was? Ich bin doch dämlich. Milliarde. Milliarde. Warum? Ich brauche mal Steine. Steine? Ja. Gucken wir doch. Ja, die sind alle so weit oben. Ich muss immer so weit laufen. Man muss noch irgendwo so ein Zwischenlager bauen. Ja, wahrscheinlich. Das darf niemand so sonst lauchen können. In der Zeit hätte ich wirklich in meinem Lager gucken können. Wieso, was hast du jetzt gemacht? Ich bin nach unten gegangen in Cinder Set Forest und habe geguckt, ob hier irgendwo Steine rumliegen, die ich abbauen kann. Ich bin gerade am Haus der Hutmaus. Ah ja. Und, gibt es bei der Hutmaus irgendwas tolles? Keine Ahnung, ich habe nicht reingeguckt. Achso. Ich weiß nicht, ob ich so oft bei der Hutmaus reingucke. Oder anders, ich weiß, dass ich es nicht tue. Ich weiß genau, was ich von der Hutmaus brauche noch. Güte. Aber dafür muss ich noch mit den ganzen Dorfbewohnern anfreunden. Was war denn das für ein Krach? Ich habe die Schranktür zugemacht von dem Schrank, an dem ich gerade sitze. Ah ja. Der quasi mein Schreibwäsche ist. Ah ja. So, ich habe jetzt genug Steine, fünf Stück. Die hätte ich auch eher finden können, weil ich wusste, dass da oben welche sind. Aber ich dachte, ich gehe mal in die andere Richtung und gucke, ob da welche näher sind. Weil, weil, ich weiß nicht warum, weil. Weil du es kannst. Wahrscheinlich, ja. So ziemlich. So, und dann müssen wir noch Wege machen zum, äh, einen Weg machen zum, äh, zum Gewächshaus. Ja, eine Autobahnabfahrt. Genau. Wenn es bestimmt irgendwas Tolles ist. So, so viel habe ich jetzt nicht dabei. Ich muss jetzt erstmal vier Schotterpfade machen. So, das heißt, dahin muss ein Schotterpfad. Dahin muss ein Schotterpfad. Und dahin muss ein Schotterpfad. Und dahin muss ein Schotterpfad. So, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Mhm. Und jetzt kommt die lustige Arbeit. Schotterpfad, da wird irgendwann nochmal ordentlich der Auto angelegt. Nee, nee, ich habe nur vier Schotterpfade drinnen gelegt, um die, äh, Sprinklerpacken zu können. Ach so. Das war das schon, die Richtung Sprinklern rein. Natürlich. Unsicher. Ich mache das immer nur mit Iridium Sprinklern. Und du brauchst halt vier auf den Feldern drauf. Ja. Du kannst rein durch das andere auch mit normalen Sprinklern machen. Ähm. Also mit den zweiten Sprinklern. Nee. Dann hast du eine Reihe frei. Du kannst die Iridium Sprinklern eine Reihe in die andere Richtung setzen. Ach so, dann muss ich aber links und rechts welche hinpacken. Ja, aber du brauchst den Platz doch auch nicht. Ja, ich brauche das Iridium nicht. Das ist auch Argument, ja. So, die hier werden dann etwas schneller wachsen. Aber das sind unsere ersten Sweet Jam Berries, die wir hier zum Vermehren kultivieren. Ich werde jetzt erstmal nach Hause kommen wieder und dann ist es schon wieder soweit. Das stimmt. Eins, zwei, drei. Man wird alle ja machen. Und so, da haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft. Und jetzt kann ich das nämlich schnell machen, das mit dem Gießen. Das ist super praktisch. Ich brauche nur einmal kurz drücken und der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, Nachteil ist, ich kann nicht weniger jetzt gießen. Also ich muss jetzt immer Fünfer-Teile gießen. Ja gut, aber das sollte ja nicht das Problem sein. Vor allem nicht Spiegel da. Ja, schade, dass es hier drin keine Wasserquelle gibt. Da oben gibt es zwar diesen Wasserbehälter. Hä? Ach doch, das funktioniert. Ah, okay. Ja, natürlich, der Wasserbehälter, den kannst du benutzen. Okay, dann, ja. Du kannst jetzt den Rest, wenn du möchtest, auch erstmal vollpflanzen. Also die Hälfte des Dings wollte ich jetzt ungefähr haben, um das zu vermehren. Nutzt du das erstmal. Ich muss das erstmal. Ich habe gerade andere Ziele erstmal. Ja, es ist jetzt eh Sommer, also eine zweite Fuche bis zum Herbst schaffe ich eh nicht. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr dann anfangen, die Angel Fruit zu machen, um dann einfach mal Angel Fruit quasi einfach auf dem ganzen großen Feld ein Jahr zu anzupflanzen. Ja. Die Sweet Jamberries hier brauchen 24 und ihr seht, die brauchen nur 21 Tage. Das macht also drei Tage schon einen Unterschied, ist schon in Ordnung. Äh, für die nächste, für den nächsten Durchgang würde ich einfach den Lux Speed Grow verwenden. Äh, aber das werde ich eigentlich dumm. Ich habe das Slime-Eck und bei den Monster-Drops rein. Ja. Ähm, den nächsten Durchgang mache ich aber, ähm, ich überlege, mache ich einfach normal, weil ich den ja draußen machen kann. Da können wir ja dort drin schon was anderes machen. Äh, und über den Winter und so würde ich das vielleicht, äh, da drin machen. Das heißt, du kannst den Herbst nehmen, um, pflanze ruhig jetzt auf die andere Hälfte schon deinen Angel Fruits. Ich habe jetzt noch keine Angel Fruits, so viele. Ja, aber pflanze schon mal die paar, die du hast. Wir haben doch, ja, na, wir haben jetzt erstmal, wir haben jetzt erstmal die, 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 die acht, die du angepflanzt hast um den Sprinkler. Die nutze ich jetzt erstmal bis zum Herbst. Dann mal gucken. Naja, ich würde halt gerne im Winter, Frühling und Sommer das Ding zum Sweet Chimberry vermehren nutzen. Ja, dann mach das. Na, dann kannst du halt aber im Winter dort keine, äh, Angel Fruits vermehren. Ja, dann mach ich das auch nicht. Deswegen, ja, aber du könntest es im Herbst nutzen, um Angel Fruits zu vermehren. Ich brauche doch aber mindestens zwei Monate. Achso, die müssen ja einen Monat erstmal komplett auswachsen. Die wachsen doch einen Monat. Naja, aber du kannst, du kannst jetzt schon die, die wir diesen Monat ernten, jetzt schon da reinpflanzen, dann hast du im Herbst ein paar, die du mehr bekommst. Ich guck gleich mal, das ist okay. So. Machen wir erstmal die Folge zu Ende. Genau, auf jeden Fall war es das nämlich für heute, Leute. Da hat der Wartrag richtig recht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö tschö. Tschüss.